Welche Funktion hat eigentlich dieser kleine Stöpsel? Diese Frage habe ich mittlerweile schon echt oft gestellt bekommen, nur hatte sie sonst nichts mit der Luftfahrt zu tun. Falls man sich mit dem Flugzeug in Icing Conditions befinden sollte, brüht dieser Stöpsel Anti-Ice Fluid aus, welches dann entlang dieser Rillen auf den Propeller gelangt und somit logischerweise Eisbildung auf dem Propeller verhindert. Helikopterum erklärt!